10 Arten von Zockern, die wirklich jeder kennt. Und mit wirklich jeden, meine ich wirklich jeden, weil jeder hat irgendwen davon in seiner verkackten Freundschaftsliste. Ich würde mich natürlich, wie auch jedes Mal, über ein Abonnement und einen Daumen nach oben freuen. Denn wenn ich's nicht mache, dann knallt's, Junge! Wir starten rein und let's go. Nummer 1, der, der wirklich immer, und ich schwöre, der, der immer zu spät kommt. Let's go, Junge. Fährt zur ersten Runde Fortnite. Hallo? Was geht, was geht, Mann? Was soll, was soll? Oh shit, Junge, hättest den zerrissen, oder? Hey, wo ist Dings? Ist Oma noch nicht da? Äh, oh du Mann, warte, das hab ich online. Oh, der hat ne Memo geschickt. Warte, ich hör mal kurz rein. Aber der wollte eigentlich jetzt kommen. Jo, DG, äh, PC-Stahl, gleich 30 Sekunden, ich bin gleich da, ja? Ja, easy. Der ist jeden Moment da. Digger, ich bin so gehalten, ne, neues Update. Es soll ja wohl, äh, ne neue Stadt geben. Wie findest du meins Kind? Oha, Digger. Weißt, was ich kann, weißt, was ich kann. Der ist wild, zeig mal her. Let's go, Junge. Warte mal, schreib dir nochmal. Digger, ich hasse das. Jo, was geht ab? Äh, ja, wir sind schon Lobby. Also, kommst du jetzt oder was ist der Plan? Ja, chill, der hat gesagt, der startet schon. Hat geantwortet. Äh, Jo, Bro, ich muss kurz, äh, meine Oma zum Altersheim fahren, Bruder, ja? Digger. Bro, what the fuck? Ist das immer? Hä, Warte, du hast doch gerade gesagt, dass du direkt da bist. Und wir haben doch 16 Uhr gesagt, so. Warum, hä? Ja, dann mach jetzt hin, dann machen wir schon mal eine Runde, so. Für Fortnite. Jo, was geht ab, Bro? Also, wir haben jetzt gezockt, äh, zwei Runden schon. Wie sieht's denn jetzt aus? Weil, ja, wann kommst du? Bruder, warum kommt der denn nicht einfach? Was für Memo aufnehmen? Ah, ich bin eben bei TikTok. Sag mal, bitte, wenn er kommt. Ja, warte, er hat geschrieben. Er hat geschrieben, er kommt jetzt. Ey, Jo, Bro, ich muss noch Dings. Mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Und ich muss halt die Hausaufgaben nochmal neu machen. Aber danach bin ich direkt da. Digger, wofür machen wir einen verfickten Zeitpunkt aus? Wann wir zocken, Junge, wenn du nicht kommst? Jetzt komm doch einfach. Er nimmt auf. Es ist immer dasselbe mit dem, ne? Jo, Bro, was geht? Ah, ich bin fertig. Ich starte jetzt. Ja, wahrscheinlich in 10 Sekunden fertig, oder? Bro, das hat sich auch auf jeden Fall angehört, wenn so die Treppen hochgelaufen wären. Bruder, er schickt eine Memo statt, er einfach kommt jetzt. Oh, Jo, Bro, Digga, ich hab das voll vergessen. Ich muss noch zu meiner Oma die Gaming-Maus holen, Digga. Bruder, verarscht uns. Weil sie hat auch gezockt gestern. Nein, nein, nein. Was macht die Gaming-Maus bei seiner Oma, Junge? Weiter geht's mit Nummer 2. Der, der immer Hintergeräusche hat. Immer. Ja, lass 40, oder? 40? Ja, ja, lass sie runter direkt. Let's go, let's go, lass runter. Okay, okay. Ey! Was geht denn mit deinem Prästchen? Ich bin so prästchen, oder? Hä? Ach so, chill, Digga. Meine Freundin föhnt nur kurz sich. Also, die ist gleich fertig, dann ist es wieder leise. Ja, okay. Jungs, entspannt. Chill mal, die ist im Bad, aber man hört es halt. Wie lang ist das Auto? Chill, es geht schnell. Die föhnt nur kurz. Junge, ich föhnt. Schaut doch nur ihre Haare, entspannt euch mal. Einer Knock. Oh, bei euch. Bro, komm mal aus, Digga. Ist doch gleich fertig, Mann. Bruder, ist es immer noch. Ja, ich sag... Ey, kannst du das ausmachen? Mach bitte aus. Föhnt dich später mal. Ja, danke. Alles gut, tut mir leid, Mann. Unter uns, unter uns. Einer Knock. Unter uns. Bruder, was? Ah, geht's so an. Chill, die staub saugt doch nur. Als ob wir keine... Ja, die ist doch gleich durch. Hast du dich gerade geföhnt, Digga? Chillt. Bro, bitte. Das geht ganz schnell. Junge, Lukas. Du musst kurz Füße hochheben. Was für Füße hochheben? Ja, die saugt doch kurz. Chillt, das geht schnell. Wie, das geht doch schnell. Das geht doch schnell. Jetzt entspannt euch mal. Jeder müde dich, Digga. Weil wir Gegner, ich hör sie nicht. Ja, doch, da. Ich seh sie doch bei dir. Er hat Chill-Break. Oh, Mona Jackson, Digga. Wenn ich jetzt sauen geh, ich schwör's dir. Alles gut, alles gut. Sie ist fertig, sie ist fertig, sie ist fertig. Hey, chillt, Junge. Sie hat nur kurz einmal gestaubzeugt. Alles in Ordnung. Chillt. Aha. Junge, was hast du jetzt, Junge? Jungs, chillt, Mann. Was ist das, Digga? Nix, das ist Laubgebläse. Die macht kurz Laub weg. Was ist das, Digga? Jungs, chillt, die macht kurz Laub weg. Chillt, chillt ein bisschen. Chillt doch kurz. Ich hör nichts, Mann. Digga. Ich hör nichts, Mann. Chillt, Jungs. Ich mach doch nicht so laut, das ist doch gar nicht. Ich hör nichts, Digga. Ich hör nichts, ich hör nichts, ich hör nichts, ich hör nichts. Ich hör nichts, ich hör nichts, ich hör nichts, ich hör nichts. Ich hör nichts, ich hör nichts, ich hör nichts, ich hör nichts. Ja, du machst das doch selbe. Junge, was für Laub in deinem Zimmer, wer hat's nicht geblästet? Ich hab mein Fenster aufgelassen und da kamen Blätter in mein Zimmer. Jungs, alles gut. Es ist doch gleich, als ob es nicht normal ist, als ob es nicht normal ist. Perfekt, machen wir weiter mit Nummer 3, der AFK-Geher. Okay, ganz wichtig, wir landen da jetzt. Jeder holt sich noch von der Last zusammen Tilted looten, äh, zusammen Tilted rushen und direkt alle wegholen. Oben oder was? Ja, wir landen erst mal oben. Aber wichtig, wir müssen zusammenbleiben, okay? Weil sonst wird's schwierig. Tilted wird wieder jeder landen. Geht zum Baum und loot den hier unten direkt. Ja, egal, wir holen die alle weg, wir holen die alle weg. Boah, wir haben gute Waffen. Wir können eigentlich direkt rein. Okay, sollen wir rein? Ey, aber zusammenbleiben. Komm, 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 komm. Wir müssen direkt zusammenbleiben. Kommt her, alle zu mir, alle zu mir. Ja, jetzt tiltet, Jungs, wir holen die. Komm, let's go, ohn, rein da. Rein, da, rein, da, rein, da, rein, da. Immer noch oben. Komm, 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 rein, 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 rein. Ey, ich bin auf mich weggeschossen im Haus bei mir. Ich bin nicht bei dir, Bro. Komm mit, ich komm, ich komm, ich komm. Hier oben, hier oben, hier oben. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Lukas, komm! Nein, nein, ich bin da unten, Lukas. Ey, ist auf K, Bruder. Wie ist das da? Ey, ist auf K. Ich bin, ich hab, ich hab, ich hab, nee. Ey, Bro. Hä? Ey, Colt, ey Colt, lass rein, der Schwarz-Garnatung geht ab. Es macht so keinen Spaß, Digga, wirklich. Mann. Sorry, Jungs, ich war kurz trinken holen. Ja, sorry, Jungs, trinken holen, Digga. Bruder, du Colt. Ey, warum seid ihr tot? Du gehst raus. Junge, du bist doch auch raus. Ey, ich fahr zwei Sekunden auf K. Ich hab nur gesagt, warte, damit wir zusammen rushen. Nummer vier kennen wir auch wirklich alle. Und zwar der, der immer TikToks guckt. Jungs, seid ihr bereit, oder was? Ja, let's go, das ist ready. Okay, let's go. Ja, warte. Was war das denn, Digga? Was denn? Digga, wer hat TikTok an? Mach mal TikTok aus, bitte. Jo, ich, Digga, wir sind doch eh noch nicht in der Runde. Ja, was nervt. Bro, es nervt, bitte. Boah, ich bin echt gespannt. Bei hier soll ja irgendwas Neues sein, ne? Ich hab nicht gehört, ob du sagst, das war. Bro, oh du Mann, bitte. Ey, was denn? Mach mal leiser jetzt. Bro, es ist leiser. Nein, wir hören alles komplett. Doch, guck jetzt, noch mal leiser gemacht. Six, ein Alpenstunden später. Digga, wo landest du denn? Bro, ich musste passieren. Junge, er hat es fucking so oft, Digga. Wo ist er? Doch, doch, ich bin raus. Junge, oh du Mann. Jake, Jake. Ja, warte. Mach jetzt bitte. Bro, mach jetzt aus. Zock mit uns oder geh weg. Oh du Mann. Ey, warte, ich muss kurz den Tanz lernen, Jungs. Warte kurz. Oder was lahmert der? Äh? Der ist so unangenehm mit dem. Es ist so unangenehm, wirklich. Bro, es ist leise. Oh du Mann, bitte, man hört alles. Ich schwör, ich höre alles. Ich hab leiser gemacht, oder? Bitte mach es aus, bitte. Ich hab leiser gemacht. Ja, aber mach es einfach aus. Wenn wir jetzt zocken, mach es aus. Ganz einfach. Mach es einfach aus. Jetzt lass mich noch ein, zwei TikToks. Oh du Mann, mach die Scheiße aus. Will ich ab, leh, Junge? Du hast ein ganz mageres Rindfleisch. Junge, ich will kein Rindfleisch. Den muss ich hier trinken, Lukas. Warte. Weiter geht's mit Nummer 5. Der, der immer isst. Okay, Jungs, let's go. Seid ihr bereit, Lukas noch zu essen? Wir holen jetzt den Rind. Let's go. Chill, Digga. Ich hab nur zwei, drei Snacks. Ich esse die gerade. Ja, behal dich, behal dich. Komm, komm, komm. Wir sind Gegner. Bro. Junge, Lukas. Chillt doch, es ist so ein Pär. Dein Mikro ist direkt am Schmatzen. Bitte, Lukas. Hab ein. Lukas, hör auf den Schmatzen, Bruder. Ich hör auch nichts durch deinen Schmatzen, Mann. Chillt. Oh, was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was isst du da, Digga? Was isst du da? Ein Apfel. Ab noch ein. Lukas. Ich bin down. Was für Apfel. Bruder, bitte nimm doch dein Mikro nicht in Rache. Bitte. Ich muss meine Vitamine essen, chillt. Bruder, mach das doch vor der Runde, nach der Runde. Ja, ist gut. Bro, man hört dein Atmen, deinen Schmatzen, alles, Bruder. Junge, was hast du da mit dein Mikro gemacht? Chillt doch. Junge, es reicht. Was isst du jetzt? Ein Möchchen. Ohne Witz, steck dir dein Möchchen in dein Nasenloch und spiel selber, wirklich. Ich geh gar nicht aus dem Talk. Bitte. Ich hör auf zu essen, tut mir leid. Ey, Jungs, ganz kurz, die Runde ist noch nicht gesch... Ich kann... Ich beiß jetzt noch mal kurz meinen Apfel, okay? Nur einmal rein. Okay, ja. Bruder, da ist nicht in der Runde drin. Weil... Sobald wir landen, höre ich auf zu essen, okay? Okay, deal. Sobald wir landen. Digga, kannst du dich muten, Bruder, bitte? Hey, Bruder, ich höre jetzt gleich auf zu essen, chill. Ja, aber du kannst doch dich kurz muten, oder nicht? Bitte. Jungs, es ist ein Möchchen, man muss ein bisschen länger kauen. Chill, ich beeile mich. Okay, hier landen welche, Jungs, hier landen welche. Lukas, hör auf zu essen jetzt. Aufhören jetzt. Gleich aufgegessen. Jetzt schluck und fertig, let's go. Hier links ist einer, links ist einer. Ich hab einen Minifahren, ich hab einen Minifahren. Digga, Lukas! Bruder! Ist jetzt aus, ist jetzt leer, ist jetzt leer. Ich muss nur noch unterstucken. Ich komm. Ferzig. Digga, er ist, Libon, geht down. Ich check ihn. Ich check ihn. Ich check ihn nicht. Laber doch nicht so'n Scheiße. Ich hab einen Kill und eine Kronung. Was hast du? Ich bin tot. Lukas! Chillt doch! Ich geh also, ich würde jetzt auf zu essen, Bruder, bitte. Guck, ich mach das. Auch mit essen. Ja, danke, dass du ins Mikro atmest. Bam. Ja, Bro, jetzt gerade, weil ihr eh nicht mehr lebt, jetzt kannst du auch weiter essen. Aber wir hören es doch! Nein, wir hören es doch! Aber ihr seid doch tot! Aber hör doch auf! Was frisst du denn jetzt? Ja! Junge, hör auf hier zu essen! Ich bin rausgegangen. Ja, ich bin rausgegangen. Ja, ich bin rausgegangen. Ja, ich ruhe aus! Junge! Ich kippe eigentlich nicht. Mach, 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 mach! Weiter geht's mit Nummer 6. Der versweatete Sweat, sweat, versweatete Sweater. Jungs, wir gehen jetzt Crossroads, aber ich lad ein bisschen woanders. Also ich land hier, ihr landet da, ich hab meine Route, die ich komplett ablaufe, damit ich die maximalen Metz habe. Okay? Nee, lass doch zusammen! Ja, ich komme noch bei, Digga, mit den neuen Mechanics, die ich jetzt gerade gleich hier drauf habe. Bro, lass doch alle, nein! Zwei Sekunden, ich bin bei euch! Wir spielen als Team, lass doch zusammen! Zwei Sekunden, ich bin bei euch! Lass euch zusammen! Ja, wir kommen, wir gehen einfach auf, dann. Ich brauche alle Metz, ich brauche jeden einzelnen Metz hier in der Stadt, okay? Bro, chill, ist doch genug für alle da. Alles gut, alles gut, ich lande oben drauf. Guck mal, Digga, einfach nur Munition, wieder keine Waffe. Wenn ich jetzt verliere, ne, dann wird einfach nur wieder Fortnite-Schutz, ich meine, ne? Ich hab'n Biggie, ich hab'n Biggie. Schlaf, 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 gib mir mal den Biggie, weil ich glaube, du schon mal anfangen kannst. Bro, was, hä? Ja doch, doch, gib, gib, gib Werkan, der ist der beste von uns, Bro! Hä? Ich hab'n, Digga, ich kenn mich, ich geh'n gefunden, du nimmst einfach. Junge, ich hab'n doch schon getrunken, ich, äh, Jungs, wir brauchen gar nicht diskutieren, er ist schon fit! So, ich bau' jetzt das ganze Haus ab, für die Metz. Hä? Was für Hausabbau, du bist doof? Hä? Nein, 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 hab'n für Metz, Bro! Oh, man geht nicht down, wie immer, okay? Oh, oh, ja, 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 ja! Junge, ihr habt'n wieder gekillt? Hä? Ja, ich hab'n geholfen, ich hab'n geholfen, ich hab'n geholfen. Jungs, das ist meine KD, Junge! Chill doch, Junge, wir spielen mal ganz drüber! Da vorne, da vorne sind noch mehr, dann geht die da vorne holen, Junge! Ja, ich komm, ich hol' sie auch so! Wo seid ihr denn? Ihr läuft immer noch zurecht, ihr läuft immer noch Richtung... Digga, wir sind in Corny Crossroads. Wir sind in Corny Crossroads, wie du's gesagt hast! Ja, dann komm'n, mach'n selber Kills, Digga, kannst du das auch, Digga, zack, zack, hier, guck'n, guck'n. Junge, mich jucken deine Edits nicht. Digga, Junge, 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 sag mal deine! Oh, bei mir ist er noch! Ab ihn! Chill, Bro, alles gut! Es geht doch grad um KD und sowas! Solange wir die Kills noch machen, ist doch geil! Nein, Digga, das ist doch kein Teamspiel! Doch, natürlich, wir können doch als Team auch, äh, Ding machen! Ja, ich werd' komplett gelesen! Ja, dann zeig' mal, wie gut du bist zu killen! Boah, normal, Digga! Bau' mal, bau' mal jetzt! Ja, hier, zack, zack! Triple Edits! Könnt ihr das? Boah, wow, what? Guck mal, hier, down! King Victor, ich bin der König, Mann! Schüsse, ich hab' gemacht für euch! Digga, ich sit' immer noch da! Ja, wir kommen doch hin! Wir kommen doch hin! Bruder, wenn du alleine losläufst! Im Haus, ich hab' ein! Ja, im Haus, ich land' auf einem! Ja, ich hab' auch ein! Ich land' da auf einem, Digga, warum klaut die meine? Nice, oh Mann, Digga! Ich hab' noch ein! Ich hab' noch ein, Junge! Nee, 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 nee! Zack, 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 zack! Hey! Hab' ihn! Kann ich's dafür, Junge? Dann bau' nicht so dumm! Dann bau' nicht so dumm! Du hätt' ihn doch einfach abschießen können! Wie viele Earnings habt ihr? Ich hab' 25.000, ihr? Digga, weißt du, wie viele Earnings ich hab'? Komm! Ich hab' auch noch keine, also! Ey, aber wartet jetzt mal wirklich auf mich! Nein, Digga, ich bin schon im Fight! Wartet doch einfach mal! Wartet doch einfach mal! Junge, wir wollen doch auch Leute töten! Wie? Hä? Wie ist das wirklich wieder am Fight? Guck mal, mathematisch gerechnet, wenn ich jetzt mit Lineal grade an Bildschirm ranmach, dann bist du locker 151 Meter ran! Digga, kannst du nicht schlau sein! Musst du so sweaten, Digga? Wirklich? Das ist ja übel anstrengend! Digga, dann predikte doch jetzt! Guck mal, wenn Lukas jetzt gleich da rum geht, dann bist du jetzt nicht so klein! Ich bin doch bei Lukas! Hab ihn! So Digga, guck mal hier! Ohne Mann, ich hol dich direkt! Ich bin am Bus! Ja, 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 Bro! Zack, zack, zack! Zack, 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 zack! Komm mal her! Was machst du da? Komm mal helfen, bitte! Komm mal helfen, bitte! Ja, ich komm doch gleich! Digga, was machst du denn da? Wie? Ja, komm doch mal helfen! Ich bin am Bus, Junge! Digga, ich hasse dich so hart! Oh Mann, Digga! Erstmal steht einfach um sein Leben, so wirklich! Guck mal! Guck mal! Wow, du bist so cool! Ja, weg mit dir, Digga! Ja, oh! Ja, oh! Hä? Geschickt hier rechts! Bist du tot? Oh, bist du tot? Komm, lass abhauen, Digga! Komm, let's go! Wir hauen rein, Digga! Jungs, ich carry euch! Ihr lässt mich hier liegen! Du hast zwei Kills, also wir haben tatsächlich beide mehr Kills als du! Nr. 7, der, der immer Rage quittet! Okay, Freunde, let's go! Erste Runde für heute, Jungs! Let's go, Jungs! Ey, Schöster, ich hab so Bock auf Fortnite heute, ne? Sicher, dass wir tiltet gehen sollen? Weil da wird wieder mehr los! Easy, Bro! Nein, nein, nein! Island! Das sind alle Big Ben! Big Ben! Ja, ich geh Big Ben einfach! Ich geh hier vorne hin! Ich hab schon ne Waffe! Ich geh Big Ben! Ich geh Big Ben! Jungs, Digga! Ich hab so Bock heute einfach durchzuzocken, ne? Easy, Digga! Let's go, Jungs! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Odemann? 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 Hä, was los? Ach, kein Bock, Digga, Mann! Was denn? Hä, er ist rausgegangen! Digga! Warum? Warum? Hä? Ja, ich geh auf Haus, Digga, und fall einfach runter! Hä? Ja, Bro, muss man deswegen rausgehen, oder was? Wofür sind wir denn da? Gar kein Bock mehr! Wirklich, Digga! Ey, es ist so lost! Das Game ist kacke! Bro, ich hab ne goldene Waffe! Ich hab ne goldene Waffe und jetzt die Runde für den Arsch! Bro, ich sag dir ehrlich! Gar kein Bock mehr! Wirklich, Digga! Wegschmutz, Digga! Bro, es war doch die erste Runde! Das macht gar keinen Sinn! Bro, ich spiel jetzt mein Little Pony oder so, Digga! How up, Mann! Puh! Weiter geht's mit Nummer 8! Der, der immer alleine irgendwo reinpusht und dann übelst ausrastet, weil kein Mate da ist! Du bist schuld, Junge! Okay, Jungs, let's go! Sind die Gegner? Let's go! Äh, hinten, ja! Gegenüber! Lass mal vielleicht weggeben, Bruder, aber ich glaub, das sind zu viele, Jungs! Oder? Wo, drüben? Ja, drüben sind, glaub ich, zu viele! Hey, was, was war denn Lukas? Komm mit, komm mit! Lukas? Ich komm! Lukas! Ja, ist er hinten! Chillt! Ich hab doch einen gekillt, Mann! Ja, komm jetzt! Ich komm jetzt! Chill, chill, chill! Lukas! Jungs, chillt! Warte, ich hab hier ein Auto! Das sind zu viele, Lukas! Komm jetzt zurück! Chillt! Wie, chillt! Junge, kommt doch mal zu mir, Junge! Was läuft? Soll ich immer alleine das machen, oder was? Digga, du! Digga, mein Team ist wieder so... Ach, äh... Bro, ist das denn ernst? Wir haben gesagt, das sind zu viele! Ja, aber ich hab doch gesagt, dass ich einen Kill gemacht hab! Einer ist doch schon down, Junge, dann helft doch! Ey, Junge, ihr seid so schlecht! Ihr seid so kacke! Hä? Du bist doch rein! Wir haben gesagt, wir gehen! Fuck mich einfach ab! Kommt doch jetzt mal hier hin! Hallo! Bro, du bist alleine! Digga, es ist doch egal! Wir sind ein Team! Kommt doch her jetzt! Hey, wir callen! Wir gehen weg! Du gehst rein! Digga, dann callt halt schlau! Und kommt mal mit, wenn ich was sage! Bro, guck doch mal wo die Zone! Digga! Ich hab doch nen Kill gemacht! Spielt einfach alleine! Ihr wisst es ja eh immer besser! Digga, von Anfang an hab ich gesagt, dass ich hier hingehe! Und ob ihr mitkommt! Keiner hat mir geantwortet! Geh raus! Auch legendär! Nummer 9! Der Noob! Ey, Lukas! Vielen Dank, dass mein kleiner Bruder mitspielen darf! Kann ein bisschen anstrengend sein! Danke, Lukas! Danke! Alles gut, Mann! Wo bist du hin? Wir haben markiert! Guck einfach! Wo ist markiert? Ah, ich seh! Ich seh! Unter M siehst du's! Ja, ich geh dahin! Hat der schonmal gezockt, Mirka? Ja, ich spiel immer! Ich spiel immer! Ich spiel immer Fortnite! Ja, mhm! Ja! Wo ist er? Ja, Diff! Und dann... Hallo! Wo ist dein Bruder gelandet? Wir sind Sleepy Sounds! Jungs, ich bin dort! Webook gebaut, Bro! Komm zu uns! Ich hab Book gebaut! Ja, lass schnell loopen und dann zu ihm gehen! Ich hab Fisch! Ich hab Fischchen im Feuer! Ey, Bro! Ich sag dir ganz ehrlich, das letzte Mal, dass er mit zockt! Ich bin gleich da! Jungs, chill! Wir machen hier lieber Musik! Komm! Ich hab ihn, ich hab ihn! Bro, es ist so dumm, es ist gar nicht in der Zone! Digga, du läufst ins Wasser! Hallo! Ach Junge, der ist doch verarscht, oder? Das ist die Zone! Hallo! Das ist die Zone in andere Richtung! Wie heißt dein Bruder mit Namen? Er heißt Emil! Emil, komm jetzt mal zu uns! Nein, ich heiß nicht Emil! Emil, komm zu uns! Hallo, warum hast du ein Hai dabei? Hallo Jungs! Bro, er hat ein Hai dabei! Wuuu! Was ist das denn? Wie? Ey, hier ist ein Gegner! Oh, die Stats! Oh, ich bin tot! Bro, die haben nicht gekillt! Nein! Schönen, da ist noch einer! Er ist down, er ist down, er ist down! Einer aber noch! Oh, der war böse! Hast du gesehen Emil, wie man das spielt? Der war böse! Ich hab's gesehen! Komm, wir holen schnell Emil! Da ist ne Waffe! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Hallo! Digga, mir ist scheißegal, ich hole ihn nicht! Emil, bleib stehen! Aber hier auch! Digga, komm Scheiß auf den Emil! Emil! Hier, es gibt's noch grüne Waffen und es gibt's noch goldene Waffen! Goldene sind gute, das ist meine, das ist meine! Gib mir meine Waffe wieder! Wow! Emil! Das ist meine! Das ist meine! Gib mir meine Waffe wieder! Das ist meine! Gib mir meine Waffe wieder! Das ist meine! Mirkan, kannst du rüber gehen und dem mal eine klatschen, bitte! Digga, hallo! Komm, mach nochmal, mach nochmal, trau dich! Hehehe! Ey, ich bin tot! Digga, er ist so doof! Er ist so doof, Junge! Hä? Oh, guck mal! Ich hab neue Welt gefunden, Jungs! Kein Plan! Also... Der Kuchen hat mich getötet! Ich hätte ihn nicht mit reingeholt! Doch, das Spiel geht's, du Jungs! Kommt hier! Ne, ich bin auch schon verdreifend! Hey, warum gehst du raus? Ist mir zu blöd, ich bin auch verdreifend, tschüss! Wie? Herzlich willkommen im Finale, meine Freunde! Nummero 10! Der Hacker! Der, by the way, denkt, er wär was besseres! Dasselbeer Top 5 Videos in Finale Dann table rein. Outro